Mein Name ist Roswitha Knauer. Ich bin neugierig darauf, wie unsere Geräte in zehn Jahren aussehen werden und was sie leisten können. Also mein Wunsch wäre, dass die Geräte immer kleiner werden. Ich stelle mir vor eine Pumpe und einen Detektor in der Größe einer Zigarrenschachtel und die Säule in der Größe eines Chips. Also sehr schön klein, miniaturisiert.